Und das ist meine absolute Lieblingsmelodie in diesem Sony 2. Die hält sogar mit, mit dem ersten Teil. Da, da, da. Da, 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 da. Ah, wunderschön. Oh, ne. Und, aber ganz ehrlich, die Lava hier, sieht die so toll aus wie in der Marble Zone? Nee, selbst die Lava bekommen sie nicht so schön hin wie im Teil ein. Warum übernehmen sie da nicht einfach die wirklich super aussehende Lava aus Teil 1? Also, das habe ich hier nie verstanden. Ja, gut, die Lava bewegt sich etwas anders wie in Teil 1. Aber, äh, ich meine, in Teil 1 haben sie ja sogar fließende Lava, äh, ja, animieren können. Warum geht es dann nicht auch mit steigender Lava, wie es hier der Fall ist? Naja, soll ich mich nicht ärgern, immerhin die Musik haben sie hier ja wirklich wunderbar hinbekommen. Ich würde euch auch wirklich empfehlen, falls ihr nur etwas mit der Musik anfangen könnt, schaut doch mal in Google, oder sucht mal in Google nach Full Band Cover Sonic 2. Da werdet ihr wirklich glücklich werden, das kann ich euch versprechen. So euch denn die Musik gefällt natürlich noch. Wenn ihr sagt, Sonic 2 hat absolute Scheißmusik, dann wird das Full Band Cover euch auch nicht unbedingt froh stimmen. Gibt es übrigens viel zu wenig, ähm, Cover von Videospielen, Soundtracks meiner Meinung nach. Also, 16-Bit-Cover, weil, was braucht man, Cover von irgendeinem, hui, das war klar, von irgendeinem Videospiel-Soundtrack, der schon extrem gut Qualität hat. Da macht ein Cover ungefähr so viel Sinn, wie wenn man Michael Jackson speedet oder Billy James oder sonst irgendwas kann. Oh ja, und hier steigt jetzt die Lava endlich. Ah, fuck! Aua, komm, gib mir einen. Ich will hier nicht sterben. Okay. Uiuiui. Mein Gott, also, da bin ich, glaube ich, noch nie getroffen worden. Das ist ja eigentlich doch eine eher leichte Stelle dieses Levels. Nun gut, hier dürfte auch bald das Ende kommen, genau. Und Akt 1 schon wieder fertig. Aber noch kein Continuo. Wobei, wir haben ja zwei Stück. Rein theoretisch müsste das eigentlich reichen. Leben werden wir wahrscheinlich noch 1 oder 2 kriegen, aber nicht mehr allzu viele. Unfalls nicht so viele, wie in den vergangenen Levels. Was auch gut ist, ansonsten mit zu viel Leben wird es halt auch zu einfach, muss ich gestehen. Und gerade früher, als man ja auch permanent sterben konnte, selbst in einem Kinderspiel. Oh, was haben sich die Spiele des designers damals gedacht. Ja. Generiert sich der Schwierigkeitsgrad halt auch dadurch, dass man nur begrenzte Ressourcen, sprich Leben hat. Ist okay, wenn es viele Leben gibt, aber zu viele ist nicht gut und zu wenige ist natürlich auch nicht gut. Außer man möchte wirklich so den unglaublichen Schwierigkeitsgrad haben eines Dark Souls. Wobei, das wäre eigentlich ganz cool, wenn Dark Souls Leben gehabt hätte. Das würde den Schwierigkeitsgrad echt steigern. Ich weiß, es heißt zwar immer, Dark Souls sei so extrem schwer, aber ich habe es schon in meinem Dark Souls Let's Play gesagt. Also nur der erste Durchgang ist schwer, Freunde. Der zweite, der dritte, wenn man weiß, wo alles ist, hält sich die Schwierigkeitsgrad des Spiels doch in Grenzen, will ich meinen. Oh yeah. Oh, das tut richtig schön gut im Auge, sicher. Und weg hier. Na, komm, ich sag weg hier. Yeah. Also so eine nervige Stelle, die gibt's da in Sonic auch nur als ein paar Mal, Gott sei Dank. Bam, komm, bam. Ich bin so ein starker Jäger, ich zertrümmere Felsen mit meinem Körper. Yes. Da, 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 da. Mehr Ringe heißt mehr Ringe heißt mehr Ringe. Wir sind ja auch eigentlich ganz nah an den Hunder. Kriege ich die restlichen sieben noch? Das ist die Frage. Oh, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt vielleicht noch einen Ring, wie wär's? Nee, ich fall jetzt eher in die Stacheln. Ich glaube, links davon ist der Endboss, deswegen schaue ich noch ganz kurz, ob da nicht irgendwo einer liegt. Sehr schön. Und noch ein Leben. Das hat doch Spaß gemacht. Jetzt können wir auch gut den Endboss angehen. Auch ein richtig cooler, wie ich finde. Bam. Wobei ich sagen muss, Tails macht uns hier teilweise echt das Leben schwer. Okay. Manchmal hilft er, aber die Hilfe begrenzt sich. Oh, noch ein Leben. Wofür hab ich denn das gekriegt? Für die 100.000 Punkte wusste ich gar nicht, dass es da auch ein Leben gibt. Gut, das war schon die Hilltop-Zone. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, nein, wirklich nicht. Ihr guckt weiter, ich spiele weiter, also wen kümmert's. Und wenn ihr nicht weiter guckt, dann, ja, halt nicht, ist mir egal.